Woche 44 Tiefere Verbundenheit Alle Menschen haben Momente des Aufwachens und waren dann wieder erfolgreich im Zudecken. So treibt man wieder an der Oberfläche und kämpft eines kleinen Glückswillen ums Überleben. Dann hat man Berufsglück, Erfolgsglück, Reiseglück, Sexglück, Erfolgsglück, Religionszugehörigkeitsglück, Befriedigungsglück, alles Strategien, um die Maske aufrechtzuerhalten. Fühlt man den Schein nach Freiheit, unendliche Freiheit und nicht die verbürgerlichte Version davon, da sind wir zusammen, da beginnt spirituelle Verbundenheit. Hinter leidenschaftlicher Anziehung und der Ernüchterung existiert eine gleichbleibende Zuneigung, die effektiv substanziell ist. Das ist die Sicht der Gleichheit. Die Sichtweise, dass einige Menschen seine Freunde, andere neutral und wiederum einige seine Feinde seien, stellt die Grundlage des materiellen Lebens dar und ist eine Sichtweise, die auf tiefer Unwissenheit gründet. Bhagavatam 11.23.59 Die Wahrnehmung der Verbundenheit mit allen Wesen stellt die Grundlage für spirituellen Fortschritt dar. Denn darin zerfällt das Spannungsfeld jeglicher Zwistigkeit und menschlicher Verhaftung, damit bedingungslose Zuneigung übrig bleiben darf. An einem Vortrag habe ich einmal gefragt, wer von den Zuhörern eine Mutter hätte. Alle haben aufgestreckt. Aber wenn man tiefer darüber nachdenkt, hat man eigentlich keine Mutter. Denn in seiner tiefen Identität ist man eine ewige, unvergängliche Seele. Und die Person, die man gerade für seine Mutter hält, ist ebenfalls eine Seele. Und diese Seele hat meiner Seele nie Geburt gegeben. Denn beide sind immer ohne jegliche Berührung mit der Erfahrung von Geburt und Tod. Die Person, die gerade die Rolle meiner Mutter innehat, war vielleicht in einer früheren Inkarnation einmal mein Kind. Vielleicht waren wir Brüder, Freunde oder Feinde. Und höchstwahrscheinlich sind wir uns zuvor auch noch gar nie begegnet. Das, was wir Beziehungen und Liebe nennen, sind eigentlich nur recht willkürliche Begegnungen von Seelen, die ihr eigentliches Sein vergessen haben. Die Beziehung, dass eine Seele, meine Mutter, in Klammer, oder mein Kind, mein Partner etc. sei, ist eine Illusion, die von Maya generiert wurde. Ich hatte in jeder Lebensform ein Set von Eltern. Jeder Grashalm hat vielleicht schon einmal diese Rolle für mich gespielt. Karmische Zusammenwürfelung ist aber nicht Verbundenheit. Die Verbundenheit existiert viel tiefer als eine Seelengemeinschaft, die auf dem Heimweg ist. Ich bin durch tausende von Leben hindurchgegangen. Ich habe unzählige Male das Altern und den Tod erlitten. Ich war Gras und Strauch, Ranke und Baum. Ich lebte zwischen Vieh und wilden Tieren. Viele tausende Male bin ich ein Gelehrter, eine Frau und ein Mann gewesen. Ich kostete von der Seligkeit in den Himmelswelten, wo man sich fast für unsterblich hielt. Selbst unter den übermenschlichen Wesen gibt es keines, dessen Form ich nicht schon oft angenommen hätte. Auch durch dunkle Welten bin ich gewandelt. Ich war Titan, Kobold und in den Körpern verschiedenster Geistwesen. Ich war auch die Verkörperungen der Elemente und bin dann manchmal zwischendurch auch wieder Mensch geworden. Jedes Mal, wenn der Kosmos sich auflöste, um wieder ins Unmanifestierte zu gehen, verschwand auch ich. Und wenn das All wieder hervortrat, kehrte auch ich zum Dasein zurück, um andere Reihen von Wiedergeburten zu durchleben. Wieder und wieder bin ich den Täuschungen des Daseins zum Opfer gefallen. Nun möchte ich dieses eine Leben reservieren, um ganz aufzuwachen. Für den Siva zu Radha Krishna.